UNTERTITELUNG Oh, Anne, ich würde nicht feststellen, schiepier ich durch. Haus durch, Auto durch, Grabstelle durch. Und jetzt ich, arme alte Frau, auch durch werden muss, sagt euer Vater. Ich bin schwanger. Die Besten heiraten sofort. Niemals werde ich zulassen, dass meine jüngere Tochter vor der Älteren heiratet. Mann, du Terrorist, du. Du legst Bombe in eigene Familie. Hatte, der hat einen Hans? Er will doch um deine Hand anhalten. Fatma? Ja. Er muss zu mir kommen. Du musst doch nur so tun, als ob. Was arbeiten Sie, Hannes? Fahren Sie Mercedes? Sie essen Schiwani-Fleisch? Lamm? 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 Lamm ist ich sehr gerne. Verdienen Sie genug Geld? Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Wer sind Sie? Ich bin Hannes. Nein, das Hannes. Für euch sind wir doch sowieso alle Hannes. Ich brauche einen Mann. Und zwar sofort. Sperma ist total eklig. Ich mach's ihm nicht mehr mit dem Mund. Gib ihm Ananas. Jeden Tag Ananas. Aber das ist... Sag ihm wofür und er ist doch Klaus-Steiner. Ich mach's ihm nicht mehr mit dem Mund. Ich mach's ihm nicht mehr mit dem Mund. Vielen Dank.